Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Part von Cube Part 8 sind wir jetzt. Die letzten 10 Minuten des letzten Partes musste ich nachkommentieren, weil ich zu blöd war, aufzunehmen. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Haha, lol. Okay. Wir sind hier an der Mini-Stelle gebackt, ist egal. Wir haben da unseren schwebenden Cube. Was resettet der? Wo müssen wir das Ding überhaupt hinbringen? Ach, dass es wahrscheinlich da Energie reinbringt. Müssen wir es hier zum Halten bringen, hier drauf. Ah, nee, das ist klar, sonst hätten wir gar nicht das aufpacken können. Ah, nee, das ist klar, sonst hätten wir gar nicht das aufpacken können. Okay, ich glaube, ich habe schon mal die Lösung zum Ansatz. Okay, ich habe schon die Art von Lösung, wie wir es zumindest da drauf kriegen. Das ist nur die Frage, wenn dieses Ding hier wieder reinkommt, was passiert. Nicht. Wir sind wieder zurück. Ich höre auch irgendwas im Hintergrund. Das ist ein weinendes Kind, aber das glaube ich nicht. Das wäre dann langsam mal ein bisschen zu heftig. Okay. Kommen wir da rauf. Okay, hier würde es weitergehen. Mal gucken, ob es nach links auch weitergeht. Aber eher nicht, nein. Gut. Was? Jetzt haben wir zumindest das hier mal aktiviert. Okay, nein, das... Oh, fail. Jetzt müssen wir darauf achten, wann es den kommt. Okay, ich hab schon eine Ahnung, wo was hin muss zum Ende statt. Was ist da drauf, dann? Komm. Hören wir's? Es ist zumindest in diese Richtung hier Energie gekommen. Jetzt öffnet wahrscheinlich die Tür, beziehungsweise ist offen. Okay. Das zieht diese ganzen Tage, ziehen wir an. Okay. 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 Wie kriegt man das hin? Okay. 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 Wie ist das? Okay. Für was brauche ich die Unten dann eigentlich? Ach. 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 Okay, ich hab gerade keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Minuten wir aufgenommen haben. Diese Geräusche, ey. Okay, diese Großen bewegen sich ja schnell, äh, langsamer als die Kleinen. Das ist ja klar, dürfte das sein. Hm. Aber selbst wenn... Mir fällt gerade echt nicht ein, wie mir die Roten helfen. Das ist ja klar, dürfte das nicht ein, wie mir die Roten helfen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020